Musik Woodstock, Altermont, Fehmarn Musik Über Fehmarn, das bundesdeutsche Super Pop Festival, gibt es vor allem Gerüchte. Musik Die verschiedenen Erzählungen über das größte deutsche Pop Festival widersprechen sich fast in jedem Punkt. Man erfährt zum Beispiel, die Veranstalter haben ein Defizit von einer halben Million gemacht. Die Veranstalter sind nicht pleite. Die Veranstalter haben ein Gewinn von 200.000 Mark. Man erfährt, dass die Band Kaktus nicht kam, weil der Verkehr stockte. Andere schreiben, der Verkehr stockte gar nicht, sondern die Kaktus hatte keine Lust oder Angst oder war müde. Die einen sagen, Liebe und Frieden seien Wirklichkeit geworden. Andere sprechen vom Marsch der Verzweifelten. Wieder andere von Konsumidioten. Man wird nicht klug aus allen gedruckten Gerüchten. Nur eines ist sicher, alle vier Elemente waren anwesend und wirksam. Sturm, Schlamm, Regen, Rocker. Ja, nicht mehr. Man macht den Tages. Werkgst � Heiligen Art,– Ich